UNTERTITELUNG Und wie lange ich hier rumbleibe, und wie weit aktiv ich gehe, wo da eine kriminelle Szene und merke ich, wer war? Wie lange sitzt du jetzt schon? Vier Jahre und... wenige Monate. Da außen will ich mich nur wirklich auf Hütchen konzentrieren, so. Und dann in der Lastung mir erst mal vergessen hat. Deswegen will ich da durch Schocken drohen. Ja! Gatow promenade für uns! Wenn du dem Kunde da nicht das Handy weggenommen hättest... Du täuscht immer mit! Ich bin so gescheuert, Binge. Ich habe mich bedroht. Das ist blöd und dutzig. Meine neue Wohnung, oder wird gut? Schlagern, ey, Mann! Schau! Immer dahin gucken, wo du hinfährst. Den Füße machen nicht alleine. Ja gut, sehr gut, sehr gut. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Spür ruhig ein bisschen. Nicht zu schnell die Kupplung lang kommen lassen. Wenn du merkst, er kommt, lässt du ein bisschen langsamer kommen. Jetzt bist du viert, Alter! Okay, stopp! 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 Moment! Notp! Untertitelung des ZDF, 2020